Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur Turtle One, beziehungsweise zu einem, ja, Rekordvideo. Habt ihr den Titel sicherlich schon gelesen. Ich hab meinen Basis-Xperi-Rekord tatsächlich vor zwei oder einem Tag, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, meinen Basis-Xperi-Rekord geknackt und stehen jetzt bei Sagen und Wurbenen 3318. Mit diesem wunderschönen Gerät, den ich euch ja vor zwei Wochen vorgestellt hab, glaub ich, wenn mich meine grauen Zellen nicht ganz irren. Ja, Turtle One, absolut geiler Panzer, ich werd auch gleich nochmal aufs Setup eingehen, da hat sich noch ein bisschen was zum letzten Video geändert, glaub ich. Hab den auch innerhalb der, innerhalb nachdem ich das Video gemacht hab, auch Postwenden direkt getrennt. Ist mir sehr ans Herz gewachsen, dieser Panzer, einer meiner absoluten Lieblingsachter mittlerweile. Ist aus meinem Daily-Rotations-Weihnachts-Jodel-Credit-Farm-Fiesta-Modus nicht mehr wegzudenken. Einfach extrem kranke DPM, extrem gute Panzerung, geiles Gun-Handling. Gute HP, dafür, dass es ein TD ist. Klar, er ist nicht der mobilste, aber diese 30 kmh, die, finde ich, merkt man bei diesem Panzer irgendwie gar nicht. Und die machen teilweise gar nicht so einen krassen Unterschied, weil du einfach so, auch wenn du so unflexibel bist, du hast trotzdem so eine fette Kanone, die das einfach so ausgleichen kann, dass du selbst, wenn du alleine mal auf einer Flanke bist, immer noch so hart farmen kannst wie ein Weltmeister. Selbst wenn dein Team komplett überrannt wird, du bist immer so ein Fels in der Berandung, den man erstmal ausgraben muss. Und mit dieser fetten DPM kloppt man einfach so geil rein. Die Kanone performt auch so gut und habt sogar einen vernünftigen Tarnwert auf diesem Panzer, eine okay Sichtweite. Und das ganze Gesamtpaket von dem Tank ist eigentlich absolut superlativ, extrem geil. Das Einzige, wodurch dieser Panzer eigentlich gebalanced wird, ist die Mobilität. Ansonsten ist das wahrscheinlich mit einer der besten Credit-Farmen auf T8. Ich habe es ja auch in meinem Credit-Grinder-Video in meiner Top-10 schon mitgesagt. Das ist meine absolute Nummer 1, was Credit-Farmen angeht, auch weil die Standard-Munition extrem nice ist. Und ja, ich gehe nochmal kurz auf Setup ein und dann gehen wir auch schon in die Runde rein. Weil sich da noch ein bisschen was verändert hat im Gegensatz zum Vorstellungsvideo. Ich fahre den Tank jetzt mit einer Bond-Lüftung, Bond-Einsetzer und einem experimentellen Turbolader. Einfach das Bond-Equipment, weil das jetzt mit einer meiner Haupt-Credit-Grinder ist. Deswegen kloppe ich da halt Bond-Equipment rein, um da nochmal ein bisschen mehr rauszuholen. Und experimenteller Turbolader, um das Gun-Headling während der Fahrt nochmal zu verbessern, weil ihr ja kein Stabby einbauen könnt. Und um die Drehgeschwindigkeit nochmal extra zu verbessern. Das heißt, wenn ihr gezögelt werdet, könnt ihr ein bisschen besser mitdrehen, weil das ja ein Turbo- und ein Drehmechanismus kombiniert ist. Und auf dem zweiten Setup Bond-Ansetzer, eine Härtung und einen experimentellen Turbolader, falls man mal auf Stadtkarten kommt, wo man ein bisschen mehr bohren will und die HP braucht. Oder wenn es jetzt Szenarios gibt, wenn man gegen Zehner fighten muss, auf engen Karten, wo man einfach die HP haben will. Auf Karten, wo man jetzt weiß, okay, es ist trotzdem eng, aber ich bin top-tier gegen Sechser, da benutze ich auch das Lüftungs-Setup. Wenn ich einfach weiß, dass mich die Gegner sowieso nicht pennen können, dann verzichte ich einfach auf die HP und nehme die noch mehr DPM mit, um die Gegner noch schneller abfarben zu können im Zweifel. Oder mich eben selber mehr aus der Scheiße reiten zu können. In zum Beispiel einem Top-Tier-Matchmaking. Genau. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt mal in die Rekordrunde rein auf Brokowka und ja, viel Spaß. Bis gleich. So, da sind wir in-game. Wir sind auf Brokowka, wie schon erwähnt. Und Low-Tier gegen Zehner-Panzer. Es gibt zwei Lights. Keine Arty. Habe mich jetzt hier dazu entschieden, die Lüftung mitzunehmen. Einfach weil sehr große Karte. Gibt es gute Snipe-Optionen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die man hier machen kann. Entweder man fährt in die Mitte. Ist bei keiner Arty gut machbar. Kann man machen. Oder man fährt auf G1. Habe mich jetzt dazu entschieden, auf G1 zu fahren. Einfach weil ich da weiter oben stehe, besser meine Panzerung einsetzen kann, einwinkeln kann. Und ich nicht so in einer Kuhle drinne stehe. Wo ich die ganze Zeit mit meiner eher schlechten Mobilität auch immer mich hochkrebsen muss. Deswegen fahren wir jetzt auf G1, schießen uns da den Baum um und werden da erstmal ein bisschen snipen. Gucken, wie sich das Game so entwickelt. Beide Lights fahren auch auf die 1er-2er. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich denke, wenn der G-Saw hier ist, reicht das eigentlich schon. Der AWK hätte auch auf die andere Seite fahren können, aber das sei erstmal dahingestellt. So, mal als Tipp, als Light. Wenn ihr seht, okay, der 9er Light, ihr seid Low-Tier Light. Und der 9er Light fährt schon auf die 1er-2er. Könnt ihr vielleicht auch erstmal versuchen, auf die andere Seite zu fahren, da zu spotten. Weil es halt in der Regel dann der 9er Light euch immer den Spot klauen wird, weil er die bessere Sichtweite den besseren Tarnet hat. So, der Gegner ist ja even 90, ist auch schon aufgegangen. Der Jellert jetzt hier in die Mitte rein. Ich weiß nicht, was in dem sein Schädel vorgeht, aber gut, soll er machen. Es ist Winterjudelzeit. Die Feiertags-Ups sind am Start. Versuche jetzt hier schon mal Schuss auf den TM zu machen, geht aber nicht. Ballern wir jetzt erstmal den Baum um. Leider falsch gefällt. Im Optimalfall kommt der Baum ein bisschen euch entgegen. Ist das ein bisschen zu weit nach links gefallen, wenn ich. Versuche natürlich, wenn ich auf den even 90 schießen kann, auf den even 90 zu schießen. Weil der ist ja das wichtigste Ziel. Ist natürlich mit der AP nicht so einfach zu treffen. Aber, bam. Wenn man vernünftig vorhält und ein bisschen Glück hat, wird man ihn früher oder später schon treffen. Habe jetzt versucht, hier noch einen Schuss zu machen. Steht leider zu tief. Even 90 ist schon mal One-Shot. Das ist schon mal gut. Er scheint auch nicht die hellste Kerze zu sein. Wenn er hier die ganze Zeit seine Kreise zieht und wild durch die Mitte, oh Gott. Und jetzt auch schon wieder sich spotten lässt. Der gegnerische Hügel da rechts auf der Minimap kann man schon sehen. 430 und Co. sind da schon gut am Start. Habe jetzt ja versucht, den even 90 zu treffen, aber wie gesagt, der kleine Scheißer ist schwer zu treffen. Der Schuss sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber ist dann doch noch irgendwie daneben geflogen. So, der 122 TM wird uns auch eher schwierig pennen können. Mit Heat hat er eigentlich ganz gute Chancen. Wenn er unsere Wanne trifft, in einem günstigen Winkel. Der Jagd-T ist jetzt aufgegangen. Habe direkt auf APCR umgeladen. Weil selbst die Unterwanne vom Jagd-T ist gar nicht mal so schlecht gepanzert. Der Schuss ist jetzt auch verschwunden. Werden wir dann auch später noch sehen, wo der reingeflogen ist. Haben jetzt hier noch einen Out-of-Render-Shot in den Jagd-T reingesetzt. War lucky, dass der dann getroffen hat. Habe da einfach noch irgendwie in die Richtung reingehalten, wo er dann noch gespottet war. Und jetzt noch einen schönen Snipe auf den even 90 mit der APCR. Ist das natürlich nochmal ein bisschen angenehmer, weil man mehr Shadow-Velocity hat. Habe jetzt wieder auf die AP umgeladen. Und wir wissen auch schon, wenn wir Alt drücken, rechts auf dem Hügel steht der WC-132A. Das heißt, hier ist kein Light mehr und wir haben hier beide Lights. Deswegen habe ich mich jetzt hier ein bisschen aggressiver hingestellt und werde auch gleich dicke die W-Taste durchdrücken. Und der G-Zor und der HWK machen das ja ganz gut. Können jetzt hier schön den Löwen abernten. Da ist die ISU und die hat auch schon weniger HP. Das heißt, die haben wir vor uns blind getroffen, als wir auf den Jagd-T geschossen haben. Das ist der Schuss, den ich vor uns meinte. Wir werden jetzt weiter nach vorne pushen. Wir werden schön von den Spots, die uns der G-Zor bringt, profitieren. Und wir wissen ja, dass kein Light mehr hier auf der Flanke ist. Deswegen können wir hier ruhig ein bisschen aggressiv spielen. Ohne uns groß Angst machen zu müssen, dass wir hier aufgehen. Da ist der VKP gespottet worden. Schuss ist auch wieder verschwunden. Ich habe erst gedacht, dass der Jagd-D vor ihm steht. Wir werden aber gleich sehen, dass das nicht der Fall ist. Der steht nämlich dahinter. Da habe ich mir schon gedacht, Ah, dann geht der Karnügelag-Ponsor mit 80 HP auf. Wiederschauen und reingehauen. Der hat sich mal eben schön zwei Blindshots gefressen. Oder ich glaube sogar drei. Dann merkt ihn nochmal eine reingesammelt. So, dann versuche ich jetzt hier den Mauerbrecher durch die Turmbacken zu schießen. Dann war es auf die Unterwanne. Dann Turmbacken. Das sind ein paar ING-Shots, weil mit 270 Pennen auf die Entfernung ist es nicht ganz so einfach eigentlich. Es ist auch ein orangener Penn-Marker. Ich werde auch gleich noch einen Schuss versuchen, aber der ist eher ein bisschen wasted. Ich habe jetzt realisiert, dass es nicht wirklich was bringt. Deswegen fahre ich jetzt weiter nach vorne, um einen besseren Schusswinkel zu haben. Wir sehen auch schon auf der Minimap, die rechte Seite ist komplett verloren. Also WZ und Co. haben da gut alles weggelötet. Der Ehrenhunter wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lange machen. Und versuchen jetzt hier nach vorne zu kommen und die Einzellinie zu gewinnen, dass wir hier zumindest die Einzellinie komplett für uns behaupten können. und Map-Control haben. Um nicht komplett vom Gegner zu ihm eingekreist zu werden. Ich pushe jetzt hier auch bewusst weiter nach vorne und gehe nicht auf den Yagdi, um halt erstmal den VKP zu beenden. Weil wenn der Yagdi auf uns schießen will, dann muss er schon entweder hochpeaken, dann kriegt er von unseren Camper-TDs hinten. Und muss halt seine komplette Seite zeigen, wenn er auf uns schießen will. Hab mir aber trotzdem immer noch auf der Minimap im Auge, falls er kommen sollte. Solange ernten wir erstmal den VKP. Kanone ist jetzt ein bisschen am trollen. Ah, auch wieder abgeprallt, leider. Aber... Früher oder später... Jetzt ist der Yagdi aufgegangen, ne? Hab ich auch... Ich hab auch immer direkt das gesehen, ne? Auf der Minimap, Yagdi ist aufgegangen, direkt rüber gucken, ob er irgendwie einen Schusswinkel hat. Weil der kann einen halt ganz schnell mal löschen. Team-Mates haben ihn jetzt zum Glück rausgenommen. So, der VK ist jetzt One-Shot. Wird uns leider noch eine reindrücken. Aber ich hoffe, dass ich es in den Reload noch schaffe. Aber leider hat er uns noch eine reingezwiebelt. Für 430. Mit der Premium-ABCR hat er da jetzt nicht so die größten Probleme, uns an der Wanne zu pennen. So. Jetzt hab ich geguckt, dass ich hier irgendwie den Medium gespottet krieg. Weil es fehlt noch, beziehungsweise es sind noch 122 TM und Lorraine in der Mitte gespottet gewesen. Gerade die Lorraine war mir ein Dorn im Auge. Die war auf jeden Fall am gefährlichsten, weil wenn die mich anjodelt, dann ist ganz schnell innen im Gelände, wenn die mich zirkelt. Deswegen muss ich hier versuchen, irgendwie zu verhindern, dass die Mediums an mich rankommen. Fahr erstmal ganz in den Norden, um wirklich sicher zu sein, dass keiner auf der A-Linie pusht. Falls dann doch ein Medium kommen sollte und mir in die Seite fährt, dass ich das mitkriege und ihm schon in der Anfahrt gut eine reindrücken kann. Hab jetzt aber festgestellt, hab jetzt nochmal geguckt, ist keiner da, also fahren wir nach vorne. Können schön mit den Dünen arbeiten und immer Highdown stehen und die Lage checken. Das war jetzt natürlich der Plan, von hinten in die in die Mitte ranzufahren. 5.000 Schaden sind schon auf dem Tacho. Also selbst wenn wir mit sterben sollten, war das schon eine fette Runde auf jeden Fall. Aber das soll noch nicht alles gewesen sein. So, haben wir jetzt die Lorraine outspottet. Die blickt zum Glück auch gar nichts, bleibt da einfach stehen. Sehr, sehr wichtiger Kill, die hätte noch eklig werden können im Late Game. So, und ich hab mir jetzt gedacht, so ein CC, okay, der ist relativ immobil. Konnte mir da jetzt auch nicht vorstellen, dass er da wegfährt, deswegen hab jetzt eigentlich gedacht, dass er sogar hinten rumgefahren ist. Ist er aber nicht, er ist da immer noch stehen geblieben. Also zum 4.30 hin, aber ist er am Busch stehen geblieben und wir können ihn jetzt richtig schön ernten. Komplett auf fuller PCC. Hab es versucht hinten aufs Deck von der Heckpanzerung zu schießen, hat leider nicht funktioniert. Den Schuss leider veraimt in den Turm geschossen. Da hatte ich auch ein bisschen Eier flattern, weil die Trackshots, die müssen jetzt sitzen. Ich glaub schlauer wär's gewesen von dem CC mich einfach komplett zu pushen und da nicht stehen zu bleiben. Weil dann hätte es tatsächlich eklig werden können. Der Herdarz, wenn er seinen Clip nachgeladen hat, auch nicht so eine mega schlechte DPM und wenn er Heat schießt, was er auch tut, kann er mich auch pennen. Er hat da jetzt leider noch einen Shot reingesetzt, aber wir konnten den CC mit der dicken DPM von der Turtle einfach komplett weg ernten. Wenn der CC im Reload ist, kannst du halt zwei Schüsse reindrunken und dann halt deutlich besser traden. Hätte er mich gepusht, hätte es vielleicht auch anderes ausgesehen. Wenn wir jetzt auf den 122 DM auch noch Full AP, können wir noch einen Schuss machen. Einnehmen. Upp. Gleich gehen wir sogar noch einen. Ah, nee. Schade. Aber gehen hier mit soliden 7.500 Schaden raus, 500 Spot, 3.500 Block und wir haben noch ordentlich Blind Shots auf die Turtle, äh, auf die Turtle, auf die ISO 152k und auf den Kanonen Jagdpanzer. Das heißt, wir schauen doch mal, äh, wie viel Damage es denn dann letztendlich wirklich ist. Bis gleich. So, da sind wir bei den Postgame-Sets und wir sehen schon 8.500 Schaden, 5 Kills, Panzerass, Stahlwand und Großkaliber-Medaille. Also, eine richtig, richtig, richtig fette Runde. Hab ja auch im Titel schon geschrieben, Monster Round and New Personal Base XP Record. Das Ganze waren 2.212 Basis-XP. Also, eine One-in-a-Lifetime-Runde, würde ich sagen. Ich glaube, auch mit einem Achterpanzer werde ich das in sehr, sehr langer Zeit nicht nochmal schaffen, auch nur ansatzweise so viel Damage in einer Runde rauszuholen. Ähm, das war eine komplette Ausnahmerunde. Also, so viel Damage in einem Achtertank. Ja, war schon, war ein dicker Curry. Ich denke auch, ohne, ohne das Zutun durch diesen, ähm, ja, 1er-Linien-Push und durch das Flankieren von hinten, hätte unser Team das auch hardcore verloren. Ähm, weil halt wirklich auch, ne, zu so einer Runde gehört natürlich auch harte Inkompetenz der Gegner und harte Inkompetenz vom Icon-Team. Ähm, weil halt, wirklich alle, Jagdpanzer, Ferdinand, M4-1, Revalories, M6 und Hurri, alle standen hinten auf der Einzellinie. Keiner hat sich bewegt. Keiner ist mit nach vorne gefahren, hat mir den Damage geklaut oder hat versucht zu flankieren. Standen alle auf einem Fleck. Was natürlich super für mich war, dass ich halt dadurch komplett alleine alles abfahren konnte. Und da halt, äh, ja, die Gegner gut weggelötet habe. Das Ganze waren auch 300, 750.000 Krellits plus. Also auch wahrscheinlich mit, äh, mit einem Achterpanzer in einem Random-Gefecht. Wahrscheinlich auch mit meine höchste Ausbeute in, 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 in einer einzelnen Runde. Und deshalb wollen wir relativ viel Prämo-Medition geschossen haben. Ähm, das Ganze war sogar mit 50% Booster. Also, hätte ich noch so ein 100% Booster angehabt, wären das wahrscheinlich über 400.000 netto gewesen. Das hätten noch mal richtig reingeschallert, aber selbst 350.000 netto ist schon, boah, sehr, 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 sehr gut. Und halt 8.500 Schaden. Also, meine höchste Damage-Runde überhaupt, äh, ist auf einen 10er-Panzer mit 8,7. Also, kommt schon nah ran. Das Ganze war auch sogar meine, äh, 10er-TD-Mission für die, äh, meine 15er-TD-Mission für das 260. Da habe ich mich auch sehr gefreut drüber. Also, absolute Superlativ-Panzer Runde, ich glaube auch mit dem 8er-Tank generell, auch den Basis-XP-Rekord, werde ich in sehr, 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 sehr langer Zeit nicht noch mal brechen. Und war auch so ein bisschen so eine Art, ja, Heiratsantrag mit der Tutel, so eine Art Forever-Bonding jetzt mit diesem Panzer, so eine schöne, äh, so eine schöne fette Runde nochmal mit dem Tank, die auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird. Weil ich glaube, sowas wird ich, wird sehr, sehr lange zeitig nochmal vorkommen. Weil da müssen wirklich für so eine Runde alle Sterne richtig stehen. Man muss Low-Tier sein, die Gegner müssen extrem inkompetent sein und die eigenen Teammates müssen auch extrem inkompetent sein. Plus dann noch ein bisschen Glück haben, dass es halt gut für einen läuft und das, äh, dass es die Karte halt auch zulässt, was es halt in diesem Match getan hat. Und ja, ich hoffe, die, diese schöne kleine Runde hat euch gefallen. Ich würde immer mal so ein paar Videos mit einstreuen, wenn mal so Banger-Runden zusammenkommen, die zu analysieren, was so mein Gedanke war. Und, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, euer Jodl. Tschüssi.